Der oberste Preisrichter dieses renommierten Gesangswettbewerbs der BBC hatte damals noch Schwierigkeiten den Namen über die Lippen zu bringen. Die für gewöhnlich alles andere als überschwängliche Londoner Times schrieb, er kam, sang und siegte. Wie und wo sieht er seine nähere Zukunft? In Moskau, in Moskau, I have a short period to start my first production with my new company, which is name is Mozart, Moscow Opera Center of Art. You are a very young artist, aren't you? Yes, I am the first artist, because we have a new system to work, in our country is contract system. So I have a contract for three years and I have a very good list, a shadow to do something very interesting. Its first production will be with Russian false songs. It will be a one-man show in the stage. It will be many famous Russian false songs, even church songs. schon jetzt bereitet er sich auf sein nächstes Engagement im Westen vor, in Barcelona. Barcelona? Yes, I am going to Barcelona and I will sing in Pagliacci, Siegler and all of us. And I am in Kowalzade. Can sich Dimitri Chwarostovskiy sein Leben ohne singen vorstellen? I am not singing and is not preparing a new part. I will be dying. I don't know really. Maybe I will be a sculptor, because when I was young, I made something very interesting and my father had a choose to bring me at two schools, a music school. To a great premier audience, two stars in his own world, the Bulgarian Bassist Nikolai Giaurov and Mirella Frenic. Thank you very much. They had just before in the near Bologna, in Eugen and Jägin, on the Bühne, standing in the same way. It was just a great thing. So beglückwünscht der Welterfahrene den Neuling aus der sibirischen Provinz. Hochgestimmt erinnert die italienische Primadonna an sein amerikanisches Konzertdebüt vor einem Jahr in New York. nach der ersten ersten Jägerin am Westenhemisphäre. Ach. Und etwas mehr? Alles ach. 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 Wie fühlt es sich, wenn so berühmte Kollegen wie Virella Vreni und Nikolai Giaudov in seine Garderobe kommen und sagen, sie sind groß? Sie waren großartig. Ich bin sehr jung und sehr stolz. Ich bin sehr stolz, dass sie kommen. Und ich hoffe, was sie sagen, ist wahr. Ich bin sehr stolz, wenn ein Arzt oder ein paar Leute kommen, sie müssen etwas sagen. Mestorien, 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 Mestorien. Mestorien, Mestorien, Mestorien. Wie hat Onnigen gehabt, in den letzten Jahren. Denn es ist ein normaler Mann. Es ist kein Mann wie Parcifal, zum Beispiel. Es ist ein Mann von Leben. Und manchmal passiert es mit uns, mit Onnigen. Und manchmal passiert es mit uns, mit uns, mit uns, mit uns, mit uns. Und manchmal passiert es mit uns, mit uns, mit uns. Mestorien, 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 Mestorien. Mein Vater ist Engenieur, Mestorien. Aber Vater hat eine sehr gute Sprache. Und er hat ihn zu spielen, in Piano. Alles, was passiert in Krasneros für meine Karriere. Also, I was a student from music school, children's school. And from seven years old, I was studying in music school, like pianist. And then, I finished a medium school course conductor. So, I started from 16 years old, I started to singing. In welchem Alter stand er zum ersten Mal in Krasnerosk auf der Bühne? Und in welcher Rolle? Part? My first part was Prince Hilecki from Pigdam. And after I sent, I sent Silvio from Pagliacci, Jean Germont, even Jean Germont I sent very early. And I was green. Und er hat ihn zu sein, wenn man sich nicht mehr so weit verraten. Und er hat ihn zu sein, wenn man sich nicht mehr so weit verraten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020